Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead by Daylight Basic Survivor. Ja, wir sind jetzt bei der vorletzten Survivorin angekommen, und zwar bei Ellen Ripley. Ellen Ripley ist talentiert, pragmatisch und geschickt im Umgang mit fortschrittlicher Technologie. Ihre Erfahrung von der Nostromo hat sich im Nebel als äußerst wertvoll herausgestellt. Egal wie die Chancen stehen, Überlebensinstinkt ist unübertroffen. Schließlich hat sie auch schon eine schicksalsträchtige Begegnung überlebt, die sie nicht zu schnell vergessen wird. Ihre Hintergrundgeschichte Ellen Ripley war die dritte Offizierin auf der letzten Reise der Nostromo, als eine unbekannte außerirdische Lebensform eines ihrer Crewmitglieder befiel und so auf das Schiff kam. Das Geschöpf wuchs und setzte seine Schreckensherrschaft fort. Nach und nach schnappte es sich die Crewmitglieder, bis nur noch Ripley übrig blieb. Nach einer aufregenden Flucht betrat Ripley die Kälteschlafkammer. Der dunkle Nebel des Schlafs legte sich über sie. Sie schloss die Augen in einen Albtraum, nur um sie in einen weiteren zu öffnen. So, kommen wir nun zu ihren Perks. Chemische Falle Chemische Falle wird aktiviert, nachdem du insgesamt 16% Reparaturfortschritt an Generatoren gesammelt hast. Wähle die Taste für die aktive Fähigkeit 2 neben einer umgestoßenen Palette, um eine Falle anzubringen, die für 110 Sekunden aktiv bleibt. Betroffene Paletten werden allen Überlebenden mit einer gelben Aura angezeigt. Es kann immer nur eine chemische Falle auf einer Palette aktiv sein. Wenn der Kletter die Palette zerstört, explodiert die chemische Falle und er wird für 4 Sekunden um 50% verlangsamt. Glückstern Wenn du dich in einen Schließschrank versteckst, wird dieses Talent aktiviert. Du unterlässt für 10 Sekunden keine Blutpfützen und gibst keine Schmerzenslaute von dir. Wenn du einen Schließschrank verlässt, siehst du 10 Sekunden lang die Auren von Überlebenden und die des nächsten Generators gelb. Und dieses Talent hat eine Abklingzeit von 40 Sekunden. Behende Wenn du gesund bist, wird dieses Talent aktiviert. Deine Schritte beim Laufen sind lautlos. Dieses Talent hat eine Abklingzeit von 24 Sekunden, nachdem du eine übereilte Aktion ausgeführt hast. Ja, chemische Falle habe ich sogar, wenn ich Killerspiele, bisher noch gar nicht gehabt. Gut, aber ich zerstöre die Paletten ja meistens relativ schnell und am Anfang. So, haben wir für sie irgendwelche Anpassungsgegenstände? Anpassungsgegenstände? Nö. Aber wir können noch Glücksbringer kurz aussuchen. Dann nehmen wir einfach das hier einmal rein. Dann das hier. Ach nee, das könnt ihr uns verraten. Das ist einfach mal relativ hell. Dann nehmen wir doch noch die Detective Tap-Figur und die Ellen-Figur. So, da haben wir hier drei Figürchen noch mit am Start. Und dann hätte ich gesagt, schneide ich das Video ab hier, weil jetzt wieder Ewigkeiten auf der Lobby warten. und dann auch in der Lobby noch warten, finde ich jetzt nicht so cool. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch mit ihr beim Krähenhorst. Zwei Maps, die ich überhaupt nicht mag. Ich muss echt mal gucken. Ich glaube... Oh, das ist echt cool. Wir haben den Doktor. Scheiße, ich muss in den Schrank, bevor er seinen Super-Frizzle macht. Okay... Könnte sein, dass er uns sucht... Falls er tödlicher Verfolger dabei hat. Ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Glogen war es nicht. Ich hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Okay, er jagt den Bill. Billy! Die Laufmeid hier sind hier rumgelaufen. Hier ist auch der Keller. So, dann setzen wir uns jetzt hier an den Generator. Gucken wir mal, wie lange Bill durchhielt. Oh, jetzt kommen sie wieder hier lang. Och, Mann, ey. Jetzt hat er Bill... Der wird ihn bestimmt runter in den Keller bringen. Ach nee, er hat ihn nach oben gebracht. Aber w... Aber wieso macht er seinen Super-Frizzle nicht? Das ist halt das, was ich mich gerade frage. Was hat er denn für ein cooles Outfit? Das sah ja jetzt mal cool aus. Scheiße, er hat's gesehen, oder? Ja, er hat's gesehen! Oh, no! Oh, manchmal guck ich mich aber auch echt gar nicht um. Aber er hat echt ein richtig, richtig cooles Outfit. Was mich nur stört, dass wir jetzt in den Keller kommen. Oh, nein! Habt ihr's gesehen? Alter, ich hab mich eigentlich freigewiggett. Oh, nein! Och, kacke! Ach, das ist doof. Das ist jetzt wirklich richtig doof. Und turnen tut er den Bill... Nee, hat er nicht, okay. Ja, ist natürlich auch wieder super, dass die halt hier die ganze Zeit bei mir rumlatschen. Mann, geht doch bitte einfach. Ja, Bill holt mich jetzt runter. Als ich vorgehen will. Okay. Gut, Bill kommt... Ah, nee, der muss sich, ähm, linksen hier, wie heißt das, selbst für Sorge machen. Gut, dann versuche ich mal, eine relativ große Distanz zu dem Doktor aufzubauen. Damit, wenn er gleich seinen Megaschock macht, dass er uns nicht mitschockt. Okay. Sehr gut. Oh, da ist ein Generator angegangen. Dann gehen wir da hinten zu dem Generator. Oh, jetzt sind wir wieder verletzt. Das ist doch kacke. Der jagt schon wieder den Bill. Oh, man. Das ist doof. Ja, wir sind halt auch alle verletzt. Das ist das ganze Problem. Aber wir können gleich, ähm, die chemische Falle machen. Also haben die gleich aktiviert. Oh, der Bill kann sich aber heilen. Das ist gut. Dann kann der Bill nämlich gleich, äh, wenn der geheilt ist, runtergehen. Auch wenn Claudette dadurch jetzt in die zweite Stufe kommt. Ist natürlich ärgerlich. Aber verletzt retten zu gehen, ist, ähm, ja, immer nicht ganz so gut. Ja, war jetzt halt auch wirklich ein richtig großer Fehler auch von mir. Dass ich, ähm, ja, da in den Schrank gegangen, also zurück in den Schrank gegangen bin, als der Doktor da mit Saber ankam. Wenn von den beiden jetzt keiner retten geht, dann, ähm, gehen wir retten, sobald der Gender, okay. Gut, der Jön ist fertig. Das Problem ist nur... Ja, ich weiß nicht, ob er sich halt auf eine Ablenkung einlässt. Sonst würde ich eine Palette umwerfen. Da halt die ganze Zeit hin und her rutschen. Die chemische Falle dahin machen und dann weggehen. Aber ich glaube, darauf wird sich der Doktor nicht... Ja, der will Zeitfing... äh, Fing... Der will Zeitclaudette loswerden, ne? Ist ja klar. Claudette ist tot am Haken. Es sind nur noch zwei Generatoren zu machen. Das Gute ist, wenn ich den Generator hier wegbekomme, haben wir da hinten einen und hier links einen. Das ist eine relativ weite Distanz. Oh, der will ist echt gut im Abhauen, ne? Der sprintet hier hin und her. Das kann mit wer. Oh, hey, Saber, möchtest du mich vielleicht erst mal heilen? Dankeschön. Ah, komm schon. Komm schon, bitte geh dich aus, bitte geh dich aus, bitte geh dich aus. Sehr gut. Okay, hier ist Claudette. Sehr gut. Ja, es war so klar, der Arsch. Oh nein, oh. Na gut, dann können wir wenigstens unsere Falle hier anbringen. Scheiße. Ah, kacke. Nein, Claudette. Oh no. Aber der Bill kann sich bestimmt dadurch freiwilligen. Jawohl. Hat er geschafft. Wenn wir Glück haben, macht der Doktor den Generator, äh, den Generator, die Palette kaputt. Oh ja, er hat sogar bei Stufe 1 sogar schon, dass sich der Skillcheck da verdattelt. Aber die Falle ist auch recht groß, also ich weiß gar nicht, ob, ähm, überhaupt der Doktor die Palette denn da kaputt machen will. Da hinten liegt sie. Okay. Ich weiß nur nicht genau, wie diese Distanz-Sides für diesen Mega-Frizzle ist. Deswegen gehe ich mal hier hinten. In die Ecke? Nee, er jagt gerade jemanden. Okay. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ich versuche mal, dass wir hier wegkommen. Dass ich, äh... Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, Claudette könnte ja zu Sable gehen, dann kann ich nämlich hier hinten... ...Ihmchen retten. Scheiße. Okay, ich weiß nicht, ob er uns sehen... sieht. Ja. Er hat uns jetzt gesehen. Mh, kacke. Ach, manno. Okay, dann locken wir ihn aber so weit weg, wie es geht. Von Bill. Er hat uns gleich. Ach, schade, ging nicht. Ah, sie hat, äh, den Perk von Renato dabei, wo sie diesen Mega-Sprint hat. Okay. Alter, wir können uns wieder fast frei wiggeln. Das ist ärgerlich. Okay, aber Bill kann sich hochheilen. Oder lässt sich gerade hochheilen. Gut, das heißt, Claudette und Bill müssen auf jeden Fall in Sicherheit bleiben und wir dann auch. Hat er Mori dabei? Nee. Er jagt jetzt Sable. Okay, dann muss Sable auf jeden Fall versuchen, so weit weg wie möglich von uns zu bleiben. Das wäre auf jeden Fall das Beste. Und dann müssen wir echt zusehen, dass wir die Generator... Ah, gut, Claudette sitzt an dem Gem. Das ist super. Gut. Beruhigen können wir uns dann immer noch. Oh, scheiße, Mann. Sehr gut. Und wir beruhigen uns jetzt erst mal. Ach, krass, das sind jetzt solche Skill-Checks. Beim Beruhigen... Uh, beim Beruhigen. War das vorher auch schon so? Weiß gar nicht. Gut, jetzt sind wir wieder beruhigt. Scheiße, Sable liegt. Aber der letzte Gen ist gleich fertig. Ah, Mist. Ah, ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Ja, der wird... Ah, kacke, Mann. Ich muss auf jeden Fall weg wegen seinem Mega-Fuzzle-Dizzle. Ja, was machen wir jetzt so? Eigentlich wäre... Scheiße, Claudette ist tot. Claudette ist tot. Das hier ist ein Schrank. Da gehe ich jetzt auch rein. Weil er ja bestimmt gleich die Mega-Fürse machen wird. Sie macht gerade irgendeinen Fluch-Totem anscheinend. Ah, ne, sie beruhigt sich. Okay. So. Da ganz hinten, der Ausgang ist auf. Das heißt, wir müssen nach dort hinten kommen. Ah, scheiße, er hat ihn, oder? Vielleicht können wir ja noch einen Schlag tanken. Ich weiß ja nicht, wo der Haken ist. Okay, und weg. Es wird ihn... Ja, es hat ihn leider nichts gebracht. Schade. Tut mir leid, Sable. Ich musste leider rausgehen. Ich war schon verletzt. Mal gucken, ob Sable noch hinkommen kann. Ja, das sollte sie aber eigentlich schaffen. Oder? Wenn sie es jetzt nicht dumm anstellt, dann schafft sie es auf jeden Fall noch. Lauf. Lauf raus. Lauf raus. Lauf raus. Mach jetzt keine Faxen. Lauf einfach raus. Mach keine Faxen. Genau. Sehr gut. Okay, für den Pip hat es nicht ganz gereicht. Ist aber auch gar nicht mal weiter tragisch. Oh, 99. Wir kriegen bald wieder ein großes Level ab. Gut, dann war es das auch mit der Folge von Alan Ripley. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start. Und bis dahin. Ciao, ciao.